Nach dem historischen Spiel und dem 2 zu 1 Erfolg dank der Tore von Flo Lechner und Kevin Raddy gegen den SV Kapfenberg trifft die SVG Heitling aus Starsportwetten in der dritten Cup-Runde auf den mehrfachen österreichischen Meister und Cup-Sieger Austria-Wien. Bis dahin steht für die Mannschaft von Tommy Lenninger die UPC Tiroler Liga-Meisterschaft auf dem Programm. Der Tabellenführer gibt sich beim Heimspiel gegen das Tabellenschlusslicht aus Aksams keine Blöße und schafft mit dem 12 zu 0 Sieg einen weiteren Eintrag in sein Geschichtsbuch. Vor 130 Zuschauern bezwingt allein Michael Happ den Aksamer Tormann sechsmal. Michael Waldi, Kapitän Patti Steinkellner, Patti Lebeder und Daniel Malzek steuern weitere Treffer bei. Die Reichenau bleibt natürlich an der Tabellenspitze, Aksams liegt mit einem Punkt und 59 Gegentoren am Tabellenende.